Hi, Paul Kramer hier von VideoCheck und herzlich willkommen zu meiner Rezension über die Wildkamera bzw. Überwachungskamera von der Firma ICU Server. Gekauft habe ich das Ganze bei Amazon, das ist eine Wildkamera, die eine eigene Datenverbindung hat, das heißt die kann man hinhängen wo man möchte und kann quasi von ganz Europa aus oder die Kamera in ganz Europa aus überwachen lassen und sich das Ganze, die Infos immer aufs Handy schicken lassen. Zur Lieferung dazu gehört auf jeden Fall eine SIM-Karte, die muss man noch einmal kurz aktivieren und ist erstmal für drei Monate gültig, da ist ein Guthaben von 9,99 Euro drauf, beispielsweise es gibt verschiedene Flatrates, die Standard-Flatrate ist 29,99 Euro und damit kann man sich dann, das waren glaube ich rund 1500 Bilder im Monat schicken lassen, also wenn man das Ding zum Beispiel an die Fütterung oder sonst irgendwo am Luderplatz oder an die Gartenlaube oder ans Wochenendhaus ranheftet, egal wo in Europa, dann kriegt man auf jeden Fall die Bilder davon, die aktuellen immer aufs Handy per Foto geschickt, die macht Bilder bis zu 12 Megapixel. Bei den anderen Kameras ist es so, dass man erst die Bilder bekommt, wenn man die Kamera öffnet, die Speicherkarte nimmt und das Ganze in den PC reinsteckt und bei dieser hat man halt die Möglichkeit, einmal die überwachende Funktion, dass man das quasi von überall aus machen kann, egal zu welcher Uhrzeit. Wenn man das zur Objektüberwachung benutzt oder wie schon erwähnt, den Hochsitz, das am Hochsitz mit ran macht, dann weiß man auf jeden Fall, wann der Bock da ist und ob es sich lohnt, die Stulle zu schmieren und aufzuziehen in den Wald. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht, dass ihr den Fehler nicht macht, es gibt zwei verschiedene Versionen, es gibt einmal die Jagdversion, das war jetzt mit 50 Grad Weitwinkel und es gibt die Prime Version mit dem Überwachungswinkel von 100 Grad Weitwinkel. Da ich das für die Überwachung nutzen möchte, brauche ich natürlich einen größeren Weitwinkel und das ist jetzt in dem Fall nichts für mich. Deswegen packe ich das hier nicht großartig weiter aus. Ich habe meine eigenen Batterien reingepackt und werde das hinterher wieder zurückschicken und bestelle mir dann die andere Variante. Das war, wie gesagt, ein Fehler von mir, deswegen kann ich hier nichts, irgendwie keine SIM-Karte aktivieren. Die SIM-Karte ist auf jeden Fall jeden Netz lockt, die sich ein, ob das O2 ist, ob das A1 Österreich oder wie die ganzen Netze sind heißen, also in ganz Europa habt ihr damit auf jeden Fall Empfang und das kostet nichts extra, das ist alles in dem Preis mit drin. Und die Antenne ist natürlich dafür da, dass wir auch guten Empfang haben, denn jeder weiß, da wo man die Kamera benutzt, da hat man wahrscheinlich keinen Internetanschluss oder sonst irgendwas und braucht eine große, lange Antenne, damit man guten Empfang hat. Innerhalb von 0,4 Sekunden schickt uns das Gerät das Foto direkt aufs Handy und das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Mit zum Lieferumfang gehören Batterien, einmal einen Gurt, den man um den Baum schlingen kann, ein USB-Kabel, um die Kamera manuell auszulesen, einmal unsere SIM-Karte ist mit dabei, Anleitung ist alles komplett in Deutsch. Das Gerät selber ist auf jeden Fall schön in Tarnfarben und hat eine vernünftige Verarbeitung. Es ist wirklich alles sauber, hier steht nichts ab, das riecht nicht nach Plastikmüll. Hier vorne haben wir unsere 12 Megapixel Kamera, hier sehen wir den Bewegungsmelder und hier ist einmal, das sieht man nicht im Dunkeln, leuchtet das, das Infrarotlicht und das kleine Ding hier vorne, das ist nochmal die Fotozelle. Hier ist auch eine LED drin, das heißt, ist das Gerät noch nicht startbereit, leuchtet diese LED und wir werden quasi darauf hingewiesen, dass wir etwas in der Kamera verändern müssen, damit diese Kamera auch arbeitet, denn arbeitet die Kamera, beziehungsweise filmt sie, fotografiert sie, sieht man davon nichts, hört man davon nichts und das ist natürlich auch ganz wichtig, wir wollen ja nicht auffallen. Die Halterung wird hinten an dem Gerät montiert, wir haben hier nochmal so Ritten drin, dass ein bisschen besserer Grip, gerade an Baumstämmen oder irgendwelchen Mauern oder wo man das auch montieren möchte, gegeben ist. Wir haben links und rechts ein Clip, damit können wir das Gerät öffnen und der hintere Teil ist im Prinzip nur nochmal ein zusätzliches Battery Pack, also ein Batterie Pack. Hier kommen nochmal vier Doppel-A-Batterien rein. Natürlich ist hier auch eine Dichtung, denn das Ding ist wasserfest, regenfest, spritzfest, das ist ganz wichtig, denn wenn das da erstmal längere Zeit irgendwo hängt, dann soll das ja auch nicht kaputt gehen. Unsere Wild- bzw. Überwachungskamera sehen wir hier nochmal, unten ist eine Schraube, hier kommen auch nochmal zusätzlich, also hier kann man einmal drücken, Press, da sehen wir schon, die Batterien kommen raus. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, kauft keine Billigbatterien, diese billigen Batterien von Aldi oder Lidl, ich will die jetzt nicht schlecht machen, aber die haben nicht so eine lange Laufzeit. Wir haben jetzt mit diesen Batterien hier rund eine Laufzeit von circa drei bis sechs Monaten, je nachdem wie viel Frequenzer quasi ist und wie viele Bilder verschickt werden. Unten an der Kamera sehen wir noch unseren TV-Ausgang, das Kabel muss extra erworben werden, damit können wir quasi am TV-Gerät nochmal die gemachten Bilder gucken. Zusätzlich ist nochmal eine Speicherkarte hier mit drin, die hat 8 GB. Wenn man jetzt mehr Videos machen möchte, denn die Kamera macht natürlich auch Videos, der Versand ist ausschließlich nur für die Fotos gedacht, also übers Handy, über diese App, aber die Videos werden auf der Kamera gespeichert. Wer natürlich jetzt ein bisschen mehr Material haben möchte, der würde ich eine 16- bzw. eine 32 GB Karte empfehlen. Wer mich auf Amazon sieht, ich packe euch den Link unten davon mit rein. Es muss allerdings keine Angst haben, dass die Karte voll ist, denn die überschreibt sich immer wieder, fängt immer wieder von vorne an, also hat man auf jeden Fall eine lückenlose Aufnahme. Allerdings bei Videos würde ich empfehlen, 32 GB Karte wäre hier auf jeden Fall angebracht. Wer das ganze Gerät ohne Akkus betreiben möchte, der kann natürlich auch die direkte Stromversorgung wählen und hier kann man noch einmal das Ganze an den PC anschließen und die Bilder runterziehen, ohne dass man jetzt die Karte hier entfernt. Ein Stativgewinde haben wir unten auch nochmal, also wenn man das Ding irgendwo an der Hauswand montieren möchte oder sowas, ist das hier auch kein Problem. Wir sind nicht abhängig von dem Gurt, der an der Rückseite montiert ist. Auf der Rückseite sehen wir oben einmal unseren Lautsprecher. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere SIM-Karte einzustecken und unten haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir können zum Beispiel die Kamera einmal an- und ausmachen, wir können auf Foto oder auf Video stellen, wir können die Stärke des Blitzes bzw. dieser Infrarotblitzung einstellen, wir können natürlich die SIM-Karte bzw. das Internet auch an- oder ausstellen. So, schalten wir das Gerät einmal kurz ein. Ich habe jetzt den Finger hier vor der Linse und wir sehen unten links den Batteriezustand. Dann sehen wir, was für Aufnahmemodis wir haben. Wir haben jetzt 30 Bilder die Sekunde auf HD und ich würde sagen, gehen wir mal ins Menü hinein. Gucken wir einmal ganz kurz durch. Also die Kamera-ID, wir können hier verschiedene IDs einstellen, wenn wir mehrere Kameras aufgehangen haben und die über die App nutzen. Da können wir natürlich sehen, welche Kamera bzw. welcher hoch sitzt oder welcher Lula-Platz oder welches Objekt jetzt gerade überwacht wird. Kamera-Modus, können wir einmal kurz reingucken. Foto können wir machen, wir können Foto und Video machen. So haben wir nochmal ein Video auf dem Gerät, das ist natürlich auch super. Möchte ich auf jeden Fall so eingestellt lassen. Die Bildgröße können wir einstellen, umso größer das Bild, umso mehr Speicherplatz wird natürlich verwendet. Nachtmodus haben wir, natürlich, den haben wir eingestellt. Mehrfachfotos können wir einstellen, dass er nicht nur ein Foto macht, sondern gleich mehrere. Das können wir hier einstellen. Dann haben wir die Videogröße, das ist für uns HD, ist auf jeden Fall in meinen Augen die beste Größe. Die Videogröße ist HD, wir können umstellen auch in Full HD. Allerdings bei Nacht ist HD immer etwas besser, dadurch haben wir eine bessere Auflösung und ein besseres Bild. Da wäre HD auf jeden Fall der Sensor hier zu schwach. Können wir noch einstellen, die Empfindlichkeit, die Verzögerung, den Zeitraffer. Also wir können sagen, mach jede Stunde ein Bild und so weiter. Und wir können natürlich auch die Uhr einstellen, dass wir sagen, ab 8 Uhr geht es erst los, bis morgens 7 Uhr und so weiter. HD im Menü bedeutet, dass wir nochmal die SIM-Karte einstellen können. Das war jetzt die maximale Fotoanzahl pro Tag und die SMS-Fernsteuerung. Das ist in meinen Augen ganz wichtig, denn hat man ein Datenvolumen von 1500 Bilder im Monat, dann möchte man das ja natürlich nicht überschreiten. Man hat natürlich so die Möglichkeit, sein Volumen, sein Datenvolumen zu steuern. Sonstiges, also die Sprache können wir einstellen. Alle Sprachen sind da mit drin. Da wird die Uhrzeit können wir eingeben, Zeiteingabe, Batterietyp. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir die Batterie hier einstellen, denn so arbeitet das Gerät optimal mit der Batterie. Die Frequenz können wir einstellen. Den SD-Endlotsspeicher habe ich schon angesprochen. Also das Ding überschreibt sich immer wieder in Schleifen, nimmt das auf. Wir können das Ganze auch mit einem Passwort versehen. So, wenn jemand die Kamera klaut zum Beispiel, er kann nichts damit anfangen. Es werden ständig Fotos gemacht und sein Standort kann auf jeden Fall ermittelt werden. Von daher lohnt es sich nicht, diese Kamera zu klauen. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit meiner Rezension hilfreich sein. Und ich hoffe, ihr lernt aus meinen Fehlern. Guckt genau, was ihr vorher bestellt. Und deswegen geht das Gerät leider zurück. Ich spiele jetzt nochmal ein paar Fotos, ein paar Videos ein, damit ihr seht, wie die Qualität ist. Achtet eben darauf, dass die Größe bzw. die Bildgröße immer etwas klein gehalten wird, da es jetzt auch für den Datenversand geeignet ist. Und Videoqualität ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die Kamera ist auf jeden Fall sehr gut verarbeitet. Es ist deutsche Menüsprache. Man kann so ziemlich alles daran einstellen und das finde ich auf jeden Fall gut. Deswegen ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Allein schon wegen dem 3G-Modul, das da mit drin ist. Also es ist ja im Prinzip wie ein Handy. Achtet eben darauf, wenn die Rehe im Wald z.B. mit dem Mund so machen. Das nennt man übrigens Selfie. Bilder lasse ich jetzt nochmal in Anschluss hier durchlaufen. Videos, damit ihr seht, wie die Qualität ist. Ich gehe auch einmal ins Haus, damit ihr seht, wie die Qualität im Dunkeln ist. Ich schalte das Licht aus und ihr seht mich dann quasi bei Nacht. Ich hoffe, euch hat meine Rezension geholfen. Wenn ja, lasst ein Abo da, schreibt mir in die Infobox oder besucht mich auf Amazon. Wer sich dafür interessiert, der Link ist unten in der Infobox mit drin. Ich hoffe, euch war diese Rezension hilfreich. Siehst du mich nicht auf Amazon, dann guck, wie gesagt, einmal, dass du meinen Kanal abonnierst und einen Daumen nach oben da lässt als Dankeschön. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Paul vom VideoCheck. Ciao. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann. Wir醉. Bis dann. Laienözene Musik- Bis dann.